Der erste Kommentar unter dem neuesten Gameplay-Trailer von Unrecord lautet, du weißt, dass das Spiel geisteskrank ist, wenn die Leute denken, dass es kein Spiel ist. Und das ist es auch, denn die Grafik ist lebensecht und damit ein echter Durchbruch. Unrecord ist ein Singleplayer-Ego-Shooter, der die Geschichte eines taktischen Polizeibeamten aus der Perspektive seiner Bodycam zeigt. Ein Release-Date gibt es noch nicht, aber Entwickler Drama verkündete, dass Unrecord dieses Jahr nicht mehr geplant ist und wir eher mit 2023 oder 2024 rechnen müssen. Der Videoclip zieht uns jedenfalls die Schuhe aus. Wir rücken in einem verfallenen Gebäudekomplex immer weiter vor, stehen unter Beschuss und müssen in Deckung bleiben. Unser Police Officer arbeitet an einem komplexen Fall, der taktische und detektivische Fähigkeiten voraussetzt und wie wir anhand des Gameplay-Trailers erkennen können, auch körperliche Fitness. Innerhalb weniger Stunden wurde der Clip millionenfach geklickt und hunderte Gaming-Fans haben kommentiert. Dass er Computer generiert ist, sorgt seit gestern für einen Aufschrei in der Gaming-Branche. Die einen feiern ihn, die anderen fürchten, dass diese neue hyperrealistische Technologie missbraucht werden könnte. Unrecord soll für PC erscheinen und was wir jetzt schon vom Gameplay mitkriegen, sind Feuergefechte, Einsatz von Drohnen, Tote und Verletzte, realistisch verpixelte Gesichter, Explosionen und wählbare Gesprächsoptionen. Allzu viel Information ist noch nicht im Netz zu finden. Aber die fotorealistischen Ergebnisse reichen aus, um einen Hype auszulösen. Der Ego-Shooter wurde mit Hilfe des 3D-Tools Unreal Engine 5 entwickelt und einige Einstellungen sind einfach nicht mehr vom wirklichen Leben zu unterscheiden. Entwickler Drama Studios schreiben auf ihrer Homepage, dass sich das Spiel noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Wir halten euch wegen eines eventuell feststehenden Release-Termins natürlich auf dem Laufenden. Wenn wir das Spiel vorbestellen könnten, hätten wir das übrigens schon längst getan.